Stell dir vor, du bist in einem riesigen Süßigkeitenladen. Es gibt Schokolade, Eis, Kuchen, Kekse und noch viel, viel mehr. Alles sieht so verlockend aus, dass du einfach nicht widerstehen kannst. Du greifst also zu, aber anstatt nur ein oder zwei Leckereien zu nehmen und sie in Maßen zu genießen, fängst du an, alles in dich hinein zu stopfen. Du isst so schnell und unkontrolliert, dass du eigentlich gar nicht richtig schmeckst oder genießt, was du da gerade isst. Es fühlt sich also an, als würden die Süßigkeiten dich kontrollieren. Während du immer mehr isst, püllt sich dein Magen und du spürst, wie er sich dehnt. Du fühlst dich unwohl und richtig voll, aber kannst trotzdem nicht aufhören zu essen. Es ist, als ob du in einem Teufelskreis gefangen bist, in dem du immer mehr essen willst, um dich besser zu fühlen. Aber es am Ende einfach nur schlimmer wird. Die Binge-Eating-Störung ist eine psychische Erkrankung, die zu den Ess-Störungen gehört. Betroffene haben immer wieder Essanfälle. Dabei nehmen sie in kurzer Zeit echt große Mengen an Nahrung zu sich. Daher kommt auch der Name der Erkrankung. Binge-Eating heißt so etwas wie exzessives und übermäßiges Essen. Bei einem solchen Essanfall wird oft ganz wild durcheinander gegessen. Also zum Beispiel erst eine Packung Eis, dann eine Pizza, vielleicht ein Joghurt und dann wieder etwas Süßes oder eine Packung Chips. Die Betroffenen essen dabei nicht aus Hunger oder Genuss, sondern es geht eher um das Essen an sich. Deswegen werden auch tiefgefrorene Sachen einfach unaufgetaut gegessen. Das Auftauen würde in dem Moment einfach viel zu lange dauern. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass einem davon ganz schön schlecht werden kann. Das ist auch bei Betroffenen nicht anders. Viele leiden nach den Essanfällen unter Bauchschmerzen. Noch viel größer sind allerdings oft Gefühle der Scham und ein schlechtes Gewissen. Die Essanfälle laufen nämlich unkontrolliert ab. Die Betroffenen haben dabei also das Gefühl, sich gar nicht stoppen zu können. Auch das Sättigungsgefühl setzt oft erst viel später ein. Nach der Attacke kommt aber dann das böse Erwachen. Die Betroffenen fühlen sich schlecht, machen sich Vorwürfe, für das viele essen und spüren sogar Ekel sich selbst gegenüber. Auch Scham finden die Essattacken dann eben oft im Geheimen statt. Obwohl diese unangenehmen Gefühle nach der Essattacke kommen, werden Betroffene immer wieder rückfällig und es kommen zu neuen Essattacken. Wie oft das auftritt, können ganz unterschiedlich sein. Das kann von einmal in der Woche bis mehrmals am Tag reichen. Ganz wichtig dabei ist, die meisten Menschen überessen sich ab und an. Du kennst das sicher, man sitzt beim Italiener, die Pizza ist super lecker und man isst immer weiter, obwohl man eigentlich schon super satt ist. So ein gelegentliches Überessen ist aber noch kein krankhafter Essanfall. Es geht zum Beispiel normalerweise nicht mit dem Gefühl einher, die Kontrolle zu verlieren. Man hat auch nicht diese ausgeprägten Gefühle von Schuld oder Scham. Bei der Binge-Eating-Störung ist das eben anders. Die Krankheit ist übrigens leider immer noch mit ganz schön vielen Vorurteilen behaftet. Das erste Vorurteil ist, dass Menschen mit Binge-Eating-Störung übergewichtig sind. Viele Leute gehen davon aus, dass Personen mit Binge-Eating-Störung immer übergewichtig sind. Das muss aber nicht so sein. Zwar kommt es durch die Essanfälle tatsächlich häufig zu Übergewicht, das ist aber noch lange nicht bei jeder Person so. Die Körperform allein sagt also nichts darüber aus, ob eine Binge-Eating-Störung vorliegt oder nicht. Andersherum ist es ja auch nicht so, dass mehrgewichtige Menschen auf jeden Fall Essanfälle haben. Vorurteil Nummer zwei, Menschen mit Binge-Eating-Störung erbrechen sich absichtlich. Das stimmt so nicht. Natürlich kann es nach einem Essanfall zum Erbrechen kommen, aber eben nicht absichtlich, sondern weil es einfach zu viel war. Wenn Menschen sich absichtlich erbrechen, liegt eine andere Essstörung vor. Zum Beispiel eine Bulimie oder eine Magersucht. Das dritte Vorurteil ist, dass Menschen mit Binge-Eating-Störung keine Disziplin haben. So einfach lässt sich die Essstörung aber nicht erklären. Betroffene können in anderen Lebensbereichen total diszipliniert sein. Die Essanfälle haben meist eher emotionale Gründe. Betroffene fühlen sich zum Beispiel einsam, sind traurig, frustriert oder haben viel Stress. Die unangenehmen Gefühle werden dann, manchmal ganz unterbewusst, über die Essanfälle reguliert. Vorurteil Nummer vier, Menschen mit Binge-Eating-Störung müssen einfach weniger essen. Das ist großer Quatsch. Die Binge-Eating-Störung geht nicht dadurch weg, dass Betroffene einfach weniger essen. Die Behandlung umfasst natürlich die Essanfälle in den Griff zu bekommen. Daneben lernen Betroffene aber auch, die der Störung zugrunde liegenden Probleme zu lösen. Das kann der Umgang mit Stress sein oder das Erkennen und Bewältigen von Emotionen. Es kann auch wichtig sein, bestimmte Dinge aufzuarbeiten, die Betroffene in der Kindheit erlernt oder erfahren haben. Daneben sind auch die Auseinandersetzungen mit dem eigenen Körperbild und dem Aufbau des Selbstwertgefühls, wichtige Therapiebausteine. Ein weiteres Vorurteil ist, dass Menschen mit Binge-Eating-Störungen einfach nur Lust haben, viel und ungesund zu essen. Das ist falsch. Hinter einer Binge-Eating-Störung stecken oft schwere Schicksale. Betroffene haben zum Beispiel sehr Belastendes erlebt, ein wenig liebevolles Umfeld oder sie fühlen sich aus anderen Gründen zum Beispiel traurig, frustriert oder einsam. Im Essen finden Betroffene dann kurz eine Auszeit von diesen Belastungen. Das Essen gibt einem erstmal ein positives Gefühl, es lenkt ab und schaltet irgendwie unangenehme Gefühle wie Einsamkeit oder Angst erstmal aus. Das kann dann regelrecht zur Sucht werden, deshalb kommen die Essanfälle auch immer wieder. Viele Betroffene trauen sich erstmal nicht, sich Hilfe zu suchen, zum Beispiel aus Angst oder aus Scham wegen der Erkrankung. Für Betroffene ist die Suche nach Hilfe also oft ziemlich herausfordernd. Eine frühe Behandlung kann aber dafür sorgen, dass Symptome schneller abklingen. Hilfe finden Betroffene zum Beispiel in Beratungszentren. Dort kann dann auch geschaut werden, ob eine Behandlung in einem Krankenhaus sinnvoll ist oder eine ambulante Therapie ausreicht, bei der man normalerweise einmal pro Woche für 50 Minuten in eine Praxis geht. Man kann aber auch erstmal seinen Hausarzt oder seine Hausärztin fragen, wenn man das Gefühl hat, an einer Binge-Eating-Störung zu leiden. Dort wird dann gemeinsam geschaut, welche nächsten Schritte sinnvoll sind. Wenn du dir erstmal eine Beratung über das Telefon oder das Internet wünschst, dann schau doch gerne mal in unserer Videobeschreibung. Da findest du noch mehr Anlaufstellen zum Thema Essstörungen. Die Binge-Eating-Störung ist übrigens unter den Essstörungen die, die am häufigsten vertreten ist. Gleichzeitig haben wir noch viel Arbeit vor uns, um mit Stigmatisierung und Vorurteilen aufzuräumen. Eine Erkrankung ist nämlich auf jeden Fall nie etwas, für das man sich schämen muss.